Das Trio Mazzotti, ausgebildet an der ungarischen Zirkusschule in Budapest, 20 und 21 Jahre alt. Das Trio präsentiert eine elegante, ausgereifte Schleuderbrettnummer. Die Jury des Festivals, die sich auch dieses Jahr wieder aus Zirkus direkt, und die Rektoren zusammensetzte, berücksichtigt bei der Beurteilung einer Nummer im Wesentlichen drei Dinge. Die Aufmachung, das geht von den Kostümen bis zur Musikauswahl, die eigentliche Leistung und die Wirkung aufs Publikum. In allen drei Bereichen ließ das Trio Mazzotti nichts zu wünschen übrig. Die Aufmachung, das geht von den Kostümen bis zur Musikauswahl. Die Aufmachung, das geht von den Kostümen bis zur Musikauswahl. Die Aufmachung, das geht von den Kostümen bis zur Musikauswahl. Großartig, dieser Sprung vom Schleuderbrett in den einen Handstand auf dem Kopf des Partners. Die Jury zeichnete das Trio Mazzotti aus Ungarn mit einer Goldmedaille aus. Die Jury zeichnete das Trio Mazzotti aus Ungarn mit einer Goldmedaille aus. Die Jury zeichnete das Trio Mazzotti aus Ungarn mit einer Goldmedaille aus.